So, jetzt habe ich hier in diesem Feenhaus übernachtet, weil ich eigentlich hoffte, hier irgendwo Feen zu finden, weil ja der Auftrag war, irgendwie Feen einzufangen. Aber ich bin gerade ziemlich überfordert und weiß nicht, die Feenkönigin sagte immer, auf dem Anwesen. Und ich bin davon ausgegangen, dass dieses Anwesen quasi alles hier, was von dieser Hecke eingegrenzt ist, darstellt. Ach, guck mal da. Ich habe Blütenblätter, okay. So, also, ne, hier sehe ich gerade keine. Das heißt, ich werde, was ist denn das da oben für eine Nachricht? Ne. Buch, was habe ich jetzt gemacht? Na gut, ich wollte jetzt mein Insektennetz auch nicht wegwerfen, aber anscheinend habe ich genau das getan. Sind das jetzt gelandet? Ähm. Na. Ernsthaft, wie kann man nur so verpeilt sein? Ja, geil. Das ist dann wohl weg. Ne? Was ist das da hinten eigentlich? Das könnte vielleicht eventuell eine Fee sein. Eventuell. Ähm. Äh. Okay. Ah. Ähm. Ähm. Ich habe... Absolut. Warte mal. Option. Ähm. Nichts, 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 Tabulator, Haupttaste, Inventar, weiter zurück, Tagebuch, Chat, Chatkommando, warte mal, Chat ist T Vielleicht ist ja, ne, nein Ähm, wie komm ich dann Okay, aber ich, also ich geh mal davon aus, dass das da, das sind wohl Feen, genau Also vermute ich Und dieses hier sind dann bestimmt die Feen, die ich einfangen muss mit einem Insektennetz Aber mein Insektennetz habe ich ja jetzt gerade verloren Weil ich ein bisschen dumm bin, glaube ich Ähm Ja Ich frage mich immer noch, wie Ich habe höchstwahrscheinlich Q gedrückt Und dabei Habe ich das Insektennetz verloren Und jetzt ist es Quasi weg für immer Wie mir scheint Oder bin tatsächlich nur ich zu dumm Ähm Ja Also das ist ne Angel Ähm Ja gut Na du dumme Kuh Also Insektennetze, die verschwinden hier irgendwie immer Könnte es sein, dass ich den Brief irgendwem bringen muss Jetzt muss ich erst mal Ah In den In den Laden zurück Also hier ist kein Insektennetz Um ein Insektennetz zu kaufen, weil das andere ist ja irgendwie weg Und dann kann ich nämlich auch direkt mal herausfinden Ähm Wo ist denn der Na wo ist denn der Baumarkt? Ich glaube hier Beziehungsweise der Supermarkt Der ist hier Geh weg Ich weiß nämlich genau Danke So Zurück Zu meinem teuflischen Plan Ähm Dem es darum geht Dass ich die roten Feehern Also das müssten eigentlich diese hier sein Freche Fee Tatsächlich Ja gut Jetzt wo ich weiß wie die Dinger aussehen Kann ich Ähm Diesen Auftrag auch eher zu Ende bringen Glaube ich Ich muss halt nur Diese blauen hier in Ruhe lassen Und die Anderen finden Ähm Wo habe ich denn jetzt die Die frechen Feen Da ist einer Okay Ähm Okay Mehr finde ich gerade nicht Ist aber erstmal besser als nisch Dann mache ich das halt so Stückweise So Was will ich denn jetzt hier Eigentlich verticken Ich habe gerade keine Ahnung Wof Äh Wie Wie kriege ich das jetzt Ah so Dann haben wir hier noch Schmetterlinge Ähm Ah Insektennetz Die Königin Behalte ich mal Den Fisch Kann ich schon verticken Die Schmetterlinge Äh Hier noch mehr Schmetterlinge Das sind Schmetterlinge Hier sind Schmetterlinge Voll geil Und so Hier haben wir noch Eine Motte Dieser ganze Kram hier Ist eigentlich eher unwichtig Denke ich Oh Sternengeleg Kostet richtig Bringt richtig Geld Oh Geil Gut Was haben wir hier noch Wir haben hier Seestern Pilze Eicheln Käfer So Okay Dann haben wir hier noch Die Die Alga Eine Libelle Noch eine Libelle So Den restlichen Anderen Scheiß Hebe ich mal Erstmal auf Bin ich auch direkt Wieder Ein bisschen Liquide Ähm Okay So Das war's Jetzt quasi Erstmal Okay 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 So